Aber scheint, äh, fetzt irgendwie so mal was anderes. Nicht bloß Skelette, sondern solche Gnome, Unhalter, wie sie im Buche stehen. Gefällt euch nicht, was? Oh. Mann. Mann, lass mich in Ruhe. Ja, weg mit euch. Ach, stabil. Uh, ah, ah, aus dem Weg. Mann. Ey, ihr Assis, lasst mich. Was wollt ihr denn, ihr alle von mir? Ich war wohl vergiftet, oder was, sag' ich mal? Na, was ist eigentlich was? Hallo. Oh, die haben vergiftete Sachen, weiß ich, die Arschgeigen. Fünf. Ja, mal mitnehmen erstmal. Mann. Eine dicke Scheißausfliege da oben. Nein. Ey, ey, was? Ich hab immer gegen diese Fackel geschlagen da oben. Mensch, lass mich doch in Ruhe. Aber das Zögern ist natürlich dann für dich ein bisschen ungünstig, ne? Ach, Alter, ne, ich schon wieder unten hier. Dann direkt nach oben hier. Ja, ja, gleich hoch. Los hoch. Äh, zwei fast wieder runtergefallen. Mann, die blöde Fliege nicht rennen. Ah, du, aber man hat's mit deinem langen Schwert, äh, langen Axt. Ich hab hier eine, äh, Waffe für dich, hier. Ich hab ja einen geil gemacht, äh. Was, ein Player? Ja, ein Schurker. Tupac Jakur, wie sie ja. Tupac. Hast du ihn, hast du ihn gewonnen hittet, oder was? Nö, ich hab zweimal, ich hab einmal vorbeigeschlagen. Oh, so eine Wurfmesser nehme ich immer mit. Hm. Da ist irgendwo ein Bogenschütze. Hier hinter der Tür sind Spieler. Also hier aufpassen gleich. Okay. Bleib du da, ich verstehe die Position nämlich hier oben, und dann krieg ich direkt einen Feuerball. Aber hoffentlich treffe ich dich nicht. Ich mach einfach die Mist, du bist mir sicherer. Kann man Spieler auch wegführen? Nö. Ach, Spieler nicht? Der kommt gleich, der ist an der Tür schon. Pass auf, Matze, mit einem feinen Bogen. Der hat mich getroffen, einmal. Drehen, nicht mehr. Hm, Masse kassiert jetzt. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg. Uh. Einer ist tot. Ja, den Bogenschütze hab ich auch totgeschlagen. Oh, ein Schurke läuft da noch rum. Hier ist einer wieder runtergesprungen? Ich verfolge den gerade. Äh, ich komm großes Tor wieder rein. Oh, ja, jetzt hast du ihn. Hab ihn. Okay. Er hatte keine Chance, der wurde. Haben wir alle umgebracht. Hier ist ein blaues Schwert für Fighter und für Ranger. Haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht dabei. Oh, Matze, gegen was kämpfst du du? Gegen ne, gegen ne Kiste. Wie geil. Geh jetzt hier einmal hier oben vorne. Kann dir, äh, ein paar Zaubertränke geben, Matze? Hm, ja, ich hab noch ne Bandage, ja. Ich sehe halt nur dein Leben, das ist halt nicht hier sehr viel. Hm. Kann ich nicht benutzen. Hm, guten Bogen hat er. Hast du da noch genug? Ja, ich hab noch ein. Das, das, das wir hier wollen, nur ein Ding. Ich hab hier sonst noch. Ne, dann, nimm da einen. Ich hab, ich hab auch noch, ich hab noch einen Heiltrank und eine Bandage. Wer dann nehm einen noch, ich hab noch einen auf Lager. Okay. Naja, nimm den ja auch nochmal so, ich hab auch noch zwei. Danke. Naja, auf geht's. Bar-Bar-Helm, wo bist du, Marcel? Hier. Hier. Oh, danke. Cool. Hier, ein Rogue-Helm. Ich weiß gleich nicht, ob der besser ist, als den, den du hast. Schönes Ding. So. Vier Leute sind gestorben an uns. Zwei am Rats. Einer am Wallspike. Viele sind nicht mehr auf der Karte. Ne. Nein. Oh, falle. Vorsicht. Kann einer hier ne Fakle runterwerfen, ich seh nicht, wo die Fallen sind. Ja. Alles gleich von oben. Also hoffentlich. Ich hab noch ein Lagerfeuer, das kann ich hier drüben sonst hinlegen, gleich. Ich hab mir grad einen Haltrengegeben, vielleicht passt das noch. Da ist eh nur ein kleines. Na gut. Ausführen würde ich das nicht. Lass das noch neben. Genau. Neben John mach ich das jetzt. Könnt ihr euch beide ran setzen. Hier linke Seite kommt was? Ja, setz dich ran schon, setz dich ran. Komm ran schon. Ich guck. Ja, ist doch super. was war. Ich guck's. Ja, ist doch. Ich guck's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleib mit bei Zoo-Wärter. Ja, die kommen jetzt hier gleich. Oh, das war jetzt glaube ich... Hinter uns ist auch ein Barbar. Der hat kassiert. Der hat kassiert. Vorsicht, nehm dir John, Vorsicht, Vorsicht John, wir sind bei Braun neben uns. Aber der greift nicht an. Aber der greift nicht an. Der fliegt jetzt erstmal ne Runde. Aber was der aushält. Wir müssen zum Portal, Jungs. Hier sind zwei Portale. Oh, wir müssen da jetzt auf jeden Fall. Na dann raus mit uns. Schade, den Bogenschütz nennt ich gang gelootet, aber voll mit gutem Zeug. Ja, da wäre sogar noch eins gewesen. Na, für den Baba. Wolltest du jetzt den Kohlkopf nochmal ärgern? Wolltest du jetzt den Kohlkopf. Wolltest du jetzt den Kohlkopf? Möj ich mir jetzt den Kohlkopf.